Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie ihr euch ein passives Einkommen ohne Arbeit über die Plattform Honeygain aufbauen könnt. Ich möchte euch zeigen, wie ihr hier über die Plattform jeden einzelnen Monat bis zu 67 Dollar insgesamt verdienen könnt. Ihr könnt aber auch, wenn ihr weniger an Leistung hier reinstecken möchtet, könnt ihr auch deutlich weniger über die Plattform verdienen. Aber realistisch können auch bis zu 67 Dollar passiv jeden einzelnen Monat sein. Und übrigens, ich zeige euch auch jetzt sofort einen Weg, mit dem ihr 5 Dollar geschenkt bekommen könnt. Nämlich, ich habe einen Deal mit Honeygain gemacht, falls ihr über meinen Link euch bei Honeygain anmeldet, ein Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung drin, schenkt euch Honeygain sofort 5 Dollar, die ihr dann praktisch in eurem Account drin habt. Falls ihr das also machen möchtet, Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung drin. Was genau ist also Honeygain? Honeygain ist eine Plattform, auf der ihr einfach nur eure Internetverbindung mit der Plattform teilt. Und viele von euch werden sicherlich sagen, okay, aber wie mache ich das denn eigentlich? Ihr müsst erstmal hier euch auf der Plattform anmelden, anschließend dann seid ihr hier in eurem Dashboard drin. Und ihr müsst dann hier oben auf Download App draufklicken. Dann könnt ihr diese App runterladen für zum Beispiel macOS, für Android, für Windows, für iOS oder auch für Linux. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel das auch von eurem Smartphone aus machen. Und ihr könnt das einfach halt von eurem Desktop-Computer aus machen. Und das Tolle, wie gesagt, ist, dass ihr das wirklich nur anstellen müsst und die generieren nebenbei für euch dieses Einkommen. Viele von euch werden sicherlich sagen, aber was machen die denn eigentlich mit meinem Internet? Also es könnte ja vielleicht sein, dass sie da irgendwas machen, was vielleicht nicht okay ist. Irgendwie Kryptowährung, Min oder irgendwas machen, was ich ja vielleicht gar nicht möchte. Das Tolle ist, dass hier auf der Plattform an sich die Daten nur für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden. Das könnt ihr euch übrigens auch jederzeit hier auf der Plattform nochmal durchlesen, damit ihr euch halt auch wirklich sicher gehen könnt, also euch sicher sein könnt, dass Honeygain keinesfalls eure Daten jetzt irgendwie in dem Sinne verwendet, wie ihr es vielleicht nicht möchtet. Und das ist ganz, ganz wichtig. Nämlich mit Honeygain habe ich extrem gute Erfahrungen bisher machen können. Ihr könnt ja auch mal auf Trustpilot vorbeischauen. Auf Trustpilot hat die Plattform tausende von positiven Bewertungen. Und ich meine wirklich tausende von positiven Bewertungen. Und da könnt ihr euch, wie gesagt, mehr über die Plattform durchlesen. An sich, es gibt halt fünf Schritte. Zuallererst, man müsste euren Account einrichten. Da habt ihr, wie gesagt, meinen Link in der Videobeschreibung drin. Damit kriegt ihr dann fünf Dollar sofort geschenkt. Ihr könnt anschließend dann Honeygain ausführen. Das heißt, die Internetverbindung wird einfach mit Honeygain geteilt. Honeygain verkauft nicht eure Daten. Honeygain wird nicht auf euren Computer zugreifen und so weiter und so fort. Honeygain wird halt praktisch einfach nur die Internetverbindung nutzen, damit halt zum Beispiel Daten, wissenschaftliche Daten verarbeitet werden können. Hier steht es auch, nämlich Honeygain nutzt ihre Internetverbindung, um allerlei Informationen zu sammeln, die online öffentlich zugänglich sind. Und dann unterstützen sie Unternehmen, glaubwürdige Unternehmen, nutzen diese Daten für Webstatistiken, Preisvergleiche und andere verifizierte Geschäftsprozesse. Und dann, wie gesagt, erhaltet ihr euer Geld. Ihr könnt euch das ausbezahlen lassen via PayPal oder auch via Bitcoin. Ihr könnt auch hier gerne mal zur Hilfeseite gehen und könnt euch das Ganze mal ein wenig genauer durchlesen. Zum Beispiel halt hier, General Questions. What is Honeygain? How does it work? Where does it work? Referral Questions? Account Questions? Und so weiter und so fort. Ich denke mal, was wirklich halt interessant ist, ist das folgende, nämlich die General Questions. Und da gibt es dann halt hier auch so Fragen wie, how to increase my earnings? Da könnt ihr zum Beispiel mehrere Geräte hinzufügen, damit könnt ihr mehr Geld verdienen. Wie sieht das aus? Wie werden meine Daten verwendet? Und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles hier nachlesen. Ich kann euch aber Folgendes sagen. Ich habe jetzt über die letzten Jahre schon mit Honeygain zusammengearbeitet. Ich kann die wirklich, wirklich sehr empfehlen. Und ich wüsste nicht, dass es da jemals irgendwelche Probleme gab. Ihr könnt hier, wie gesagt, auch gerne mal auf zum Beispiel Trustpilot draufgehen. Könnt euch die Bewertung durchlesen. Wirklich tausend Leute haben da Fünf-Sterne-Bewertung dagelassen. Und deswegen gehe ich auch wirklich davon aus, dass ihr hier ein schönes Einkommen euch nebenbei aufbauen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr jeden Tag, sagen wir mal, nur für eine einzige Stunde das Ganze hier laufen lasst. Wir können jetzt hier mal runterdrosseln auf eine Stunde. Und ihr teilt mit der Plattform 20 GB, könnt ihr 60 Dollar pro Mord verdienen. Zum Beispiel nehmen wir mal an, morgens früh, wenn ihr euch fertig für die Arbeit macht, dann könnt ihr einfach eins von euren Geräten, vielleicht irgendwie ein Smartphone oder was auch immer, laufen lassen für eine Stunde. Und schon, wenn ihr das jeden Tag macht, verdient ihr damit 60 Dollar. Und ich finde, das, wie gesagt, ist absolut Hammer dafür, dass ihr halt wirklich nichts tun müsst, außer eure Internetverbindung zu teilen. Und gerade, wenn ihr zum Beispiel eine Flatrate habt, na gut, dann geht ihr halt kein Risiko ein. Und übrigens, wir können auch mal hier, wie gesagt, auf Trustpilot draufgehen. Könnt euch das Ganze anschauen. Wir sehen hier, die Bewertungen sind wirklich exzellent von der Plattform. 6.295 Bewertungen. Fast nur 5-Sterne-Bewertungen. Es gibt natürlich immer mal die vielleicht, immer Leute hier, die vielleicht eine schlechte Bewertung da lassen. Aber in sich, wie gesagt, sehr, 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 sehr positiv. Und die Plattform existiert halt auch schon seit einer relativ langen Zeit. Dementsprechend gehe ich auch wirklich davon aus, dass jeder von euch sich da ein gutes, weiteres Einkommen mit aufbauen kann. Genau, falls ihr das Ganze machen möchtet und ihr möchtet 5 Dollar geschenkt haben, dann schaut, wie gesagt, gerne mal in die Videobeschreibung rein. Übrigens, falls ihr mehr zu genau solchen Methoden lernen möchtet, ich habe eine Online-Kursplattform, die habe ich auch in der Videobeschreibung drin verlinkt. Dort habe ich Kurse zu allen möglichen Themen und das vor allen Dingen für jeweils immer kleines Geld. Zum Beispiel Amazon KDP Low Content, T-Shirt Business aufbauen, Amazon Kindle, Geld verdienen im Internet, Online-Kurse produzieren, Facebook-Marketing für E-Commerce, Kundenakquise im Internet, Shopify, Google Ads, T-Shirt und Merch, Social-Media-Agentur aufbauen und so weiter und so fort. Das ist alles wirklich hier und ich habe noch viele, viele weitere Kurse. Deswegen schaut gerne mal auf der Plattform vorbei. Link dazu befindet sich auch in der Videobeschreibung drin, zusammen mit dem Link zu Honeygain, wo ihr halt 5 Dollar geschenkt bekommt. Gut, das war es noch heute hier für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.